Ein wunderschönes Moin und hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Staffel Nr. 2 Ähm mit Undermann Hallo Hallo, ja wir sind heute nur zu zweit, äh Kevin ist leider nicht da, der macht Wichsen Ähm, okay, ich glaube jetzt hat sich wieder gefangen, ne? Äh, ich hab gerade Ruckler Turn in Turn, ja ich auch Ich schau mal ganz kurz, die 300 FPS fast, ähm War nur am Anfang, wenn ich die Aufnahme gestaltet hab, okay Okay, da hatte ich gerade schon, verworfene Frames, 0% Weißt du, was ich komisch finde, ich hab manchmal verworfene Frames, 0% Ja Aber, wenn ich ne Aufnahme hab, ruckelt es ab und zu manchmal so ein bisschen An einer Stelle, an einer bestimmten Stelle, keine Ahnung warum Ich mein, ich hab doch nur verworfene Frames Ich hab ja mit 18 FPS, warum hab ich heute 18 FPS manchmal What the fuck Ähm, es kann daran liegen, was ich auch hatte, dass dein PC im Hintergrund irgendwelche Wartungen macht oder so Der stand bei mir irgendwie rechts unten in der Ecke Wartung Keine Ahnung was das ist, aber er macht das einfach Ey, es ist einfach so, Windows don't give a fuck about his user man Ja, so viele Mikro momentan So, so geht das Warum wird dieser eine Busch hier nie fertig da hinten in der Ecke Also ich kann auch mit 18 Frames so Weißt du, was ich auch scheiße finde? Ja Eine Mausempfindlichkeit Die ist in jedem Spiel anders Ich weiß nicht woran das liegt Ähm, ich spiel erstmal so H1Z1 Spiel ich ganz normal, alles perfekt Auf einmal spiel ich irgendwas anderes Danach spiel ich wieder H1Z1 Auf einmal die Mauseinstellungen komplett für'n Arsch Ja Auf einmal, auf einmal sind die komplett für'n Arsch Ich kann damit, ich kann die nicht bedienen, Alter Die sind auf einmal so empfindlich Da beweg' ich die Maus einen Millimeter auf meinem Mauspad Und mein Typ macht erstmal ein 3x360 oder so Da dachte ich mir so Was ist jetzt los, Alter Ich weiß auch nicht Das ist irgendwie mit der Mausempfindlichkeit bei mir komisch Genau wie ich irgendwie bei Kings Jedes Mal, wenn ich eine Aufnahme gestartet habe Erstmal meine Einstellung runterdrehen musste Weil es einfach zu krass war Ich glaub der resettet sich irgendwie andauernd oder so Ich hab keine Ahnung Es fuckt auf jeden Fall mega ab Das läuft heute richtig flüssig mit 18 FPS Nimmst du grad auch noch auf? Na Gott, oder was? Nee, nee Du musst nicht auf und hast 18 Ey, musst du gucken Weil wenn du irgendwas bei Minecraft umstellst Im Singleplayer Dann stellt er es hier auch um Zum Beispiel deine Chunks und so was Hab ich gehabt Da hab ich irgendwie auf normalen Minecraft die Chunks umgestellt Auf einmal hat er es hier in Modpack auch gemacht Oh, warte kurz Was los? Das könnte sein Weil ich hab bei meiner Singleplayer-Welt Chunks geladen Na Ja, dein Ernst Ja, das ist ganz schlau Und auch auf dieser Welt hab ich Chunks geladen Das ist natürlich ganz schlau, ne? Ja Das ist natürlich das beste was ich mag Ach ja, stimmt ja Ich hab ja zwei zerstörte Hexenspawner Am besten wäre, wenn du einen Chunk-Clo oder einen Boss auf dem Sörer Kombidiere mit energiegetriebenen Spawnern im Anboss Ach du heilige Scheiße Energiegetriebener Spawner Guck ich mal ganz kurz Ähm Nee Achso Egal Okay Hä Hä Also nur wenn ich auf dem Server online komme, dann lag das nur bei mir Okay, ja hab ich den Energie Interne Schunk Oder sind das glaube ich Denk ich mal Leer Ja Okay, dafür brauche ich einmal elektrischen Stahl So Ender Query Damit wollte ich mich heute beschäftigen Ich wollte jetzt mal langsam mal eine Query Aber man da brauche ich mich damit selber immer die ganze Zeit beschäftigen Ender Oberste Wo war die Ender Query? Du kannst einmal eine normale Query machen Nicht eine Ender Query Warum? Ja, weil die Query ist viel ähm Achso, viel Was wollte ich sagen Wie wird Query geschrieben? Alter ich sehe grad nicht durch wie das geschrieben wurde Da war die Da war die Da haben sie gefunden Dein Bruch Auf Deutsch Ne Quary So, da ist die Quary Ender Query Wo ist denn die Ender Query? Die Das war sie, ne? Ender Query Fortun Upgrade Warum Upgrade? Für die normale So, ich mach heute auf jeden Fall Ender Query Upgrade Base Ich muss Ender Query Upgrade Base machen, ne? Das ist das Ding, was ich brauche, oder? Was? Ne Du brauchst eine normale Ender Query Der erste Ender Query Ender Query Upgrade Base, ne? Das ist 1-8-2-8 1-8-2-8, okay Jo Den musst du machen 1-8-2-8 Ach, ich sag die Ach, Ender Steinbruch heißt die ja hier Ja, oh mein Gott, ich hab das ja auf Deutsch Alter, ist das echt kacke, dass du es nicht umstellen kannst, ne? Es fuckt einfach ab Ja Jedes Mal, wenn ich es umstellen will Boom, abgestürzt Ich hab's da rum, sag ich Steinbruch Verzaubertes Quarz Jo Viel Spaß Schmelzen Ich muss Quarzblock Mit Was? Mit so'n, hä? Mit nem Zaun? Hä? Äh, ich, 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 ich geh jetzt im Netan vom Quarz Und mach jetzt Echt? Ah, jetzt, okay Ich geh jetzt einfach im Netan vom Quarz Ja, komm einfach zu mir Ja, wollte ich grad machen Ähm Ja, ich komm mal rüber Huh Ja Hast du vielleicht noch ein paar Enchant-Käbels? 1, also 5, 1, 10, Doppelpunkt 1 für mich? Nein Okay Heute lag das wirklich Bei mir Bei mir Du wirst du gegen mich Ja, du nimmst ja eh nicht auf Ne Heute mach ich Also ich mach meine Ender Quarry Und ich mach jetzt erstmal das, warum ich überhaupt ne, äh, ne, ne, wie ist das Ding jetzt nochmal, äh, ne Portalgun gemacht habe Es gab ja einen Grund, warum ich ne Portalgun gemacht habe Ja Es gab einen Grund, aha Ja Den wirst du gleich sehen, wie ich da bin Ah, ich glaub liest so ein Hä? Nichts, nichts Selbstgespräche Achso, okay Ah, kenn ich, kenn ich So, und jetzt machen wir hier was anderes Und zwar machen wir jetzt genau das Oh! Aua Ahja, du musst auch Bücher verzaubern Warte, sag mal, ich will mal kurz fragen Ist meine Lautstärke in Ordnung vom Mikrofon oder ist sie irgendwie leise oder so? Ja Außer bei mir schon Was, also bei dir ist das ganz normal? Jo Gut Ich weiß auch nicht, seit den Windows-Updates, ne Die setzen einfach irgendwas zurück Letztens hab ich aufgenommen, ich weiß gar nicht was Paladins hab ich aufgenommen Auf einmal Windows-Update vorher gemacht gehabt Dachte ich mir so, okay, jetzt nimmst du Ich hab's doch markiert, warum ich renne in die falsche Richtung Oh, leck mich Auf jeden Fall, ich denk mir so, okay Nimmst du erstmal schön Paladins auf Was mach ich? Ich nehm Paladins auf, ne? Schön easy am aufnehmen Auf einmal sehst du, der Pegel, der so ausschlägt, ist minimal Der war wirklich kaum zu sehen, ich konnte ja auch nicht lauter machen, ne, nachbearbeiten Erstmal schöne ganze Aufnahme für den Arsch war einfach, wenn du es gesagt hattest Nö, machen wir heute leiser Weißt du was scheiße ist? Ich würde gerne das Finale von Minecraft Kings hochladen, ne? Ich hab ein richtig geiles Subnail dafür gemacht, ne? Also richtig geil Ich würd sehr gerne hochladen Das Problem ist nur, ich wart immer noch auf dieses Bildmaterial von Meepsteve, warte ich noch Achso, ja Oder hat er jetzt die gegeben, ne? Ne Weiß auch nicht, er ist auch in letzter Zeit nicht online Ich hab ihn auch schon gefragt, oder so Ich warte immer noch Ich warte immer noch Er wollte zwar eigentlich schon, ähm Warte mal, wann haben wir das Finale aufgenommen gehabt? Am Mittwoch, ne? Oder war es Donnerstag? Na, na, Donnerstag Donnerstag, genau Hatten wir es ja aufgenommen gehabt, ne? Äh Ja Richtig kassiert wieder mal Ja, aber auch nur wegen dir Ja, wegen dir Ja Aber weißt du was auch cool ist? Mit dem Programm, was ich noch gestern, äh, was ich gestern noch gezeigt hatte Mit dem Animieren So Ich kann die Videos auch in 4K machen, ne? Ja Alter, das ist... Ich meine, jetzt weiß ich wirklich, wie lange es dauert eine Minecraft Animation zu machen Ich kann ansonsten, Leute, Leute, jetzt wird's peinlich Ich füge jetzt hier mal ganz kurz ein, was ich in zwei Stunden geschustert habe Wohlgemerkt gestern von 1 Uhr bis 2 Uhr ungefähr Also von 0 Uhr bis 2 Uhr Morgens Habe ich das hier, was ihr jetzt sehen werdet, äh, gemacht Ich lasse einmal ganz kurz hier im Hintergrund laufen, da ist eh kein Ton Dann können wir ein bisschen die... Den Weg hier ein bisschen... Ja, springen so ein bisschen mit anderen Sachen Und ich denke mal, es dürfte jetzt eigentlich schon Zu Ende sein Ja, jetzt habe ich 60 FPS So, ich denke mal, das wird jetzt... Ich denke mal, das Video wird jetzt zu Ende sein, was ich euch zeigen wollte Habt ihr das gesehen? Das ist scheiße, ne? Es bewegt sich wie ein Roboter Der bewegt sich einfach wie ein Roboter Ich meine, gut, zum Ende hin war ich mit der Animation noch nicht fertig Das habe ich gesagt Ja, ich weiß Das wusste ich auch selber schon, dass es bewegt wie so ein Roboter Es ist einfach... Es sieht einfach kack aus Ich muss da noch irgendwie Motion-Bewegung reinmachen Dann wird sich auch so ein bisschen bewegt und nicht einfach nur so äh, 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 sondern so flüssig Da muss ich irgendwie reinkriegen Ich weiß, ich kriege da aber noch nicht so aus mit dem Programm Sorry Sorry Awesome Ah, wie genau Ich werde da mal gucken, dass ich das noch ein bisschen auf Reihe kriege Und dann vielleicht irgendwann kann man ja mal, denke ich mal so was hochladen, wenn man es drauf hat Also ich muss sagen, für den Anfang finde ich das eigentlich gar nicht mal so scheiße Ich meine, Kamera-Bewegung, das ist eigentlich ganz einfach Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast mit der Kamera-Bewegung so Mit dem Schwenken und so, schön langsam Also da fand ich eigentlich, das habe ich eigentlich gut gemacht Das Einzige, was ich gut gemacht habe Aber wie gesagt, das waren zwei Stunden, als ich mich damit beschäftigt habe Ganz kurz irgendwie um 0 Uhr, wenn ich auf einmal so Was könntest du machen? Minecraft-Animation kann man sowas eigentlich kostenloses Programm machen Und dann hier einfach mal gemacht Vor allem das Lustige ist, das Programm kannst du auf zwei Methoden kriegen Das kostet also die Vollversion davon Einmal indem du Geld spendest an den Entwickler Und einmal indem du sagst einfach Nö Ich habe auf Nö geklickt Ich dachte mir einfach so Da kommt einfach mal so ein Ich denke mir so Okay, jetzt guckst du mal ein Jetzt holst du mal die Vollversion, ne? Ich sehe die so Möchten die Geld an den Entwickler spenden? Ich so Nö Hier haben sie einen Key für die Vollversion Ich so Okay Musst dich ja nicht mal anmelden irgendwo, ne? Den Key kannst du einfach, bekommst du einfach so So, verbunden ist es jetzt Genau, jetzt bekommt es Energie Nice Hat funktioniert Nein 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 Ich will wieder zurück So, was brauche ich? Transfer Pipe Was ist das? Was ist das? Was? Ich mach mal ganz kurz nochmal wieder aus Verbindung trennen Du 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 Meerspieler Server Beiträden Ich packte gerade zwischen Blöcken fest Ja, das war bei mir auch Schon wieder Was? Was? TP Scheiße, ich hab das Das Server lag, oder? Bist du bei dir in der Base? Ja Gut, ich packe mich zu dir Ich war gerade bei eurer Base, ich wollte ein Portal setzen, ne? Weil ich wollte ja, äh Das ist so ein bisschen abkürzend, damit ich nicht immer so weit laufen muss Hallo Ich wollte jetzt hier ein Portal setzen, kannst du mal versuchen, ob du durchkommst Warte mal, ich mach mal hier hin Machen wir hier ein Portal hin Geh mal durch Ah, jetzt geht's Geh mal hier durch Ja, es geht natürlich Ja, geht eh Kommst du jetzt zurück? Ja Aber ich brauche gar kein Portal Ich aber Ich platziere das mal bei euch oben irgendwo, ne? Ja Wenn Kevin das weg haben, würde ich mal so sagen, Bescheid Du kannst doch Cash God Last Invest Erst Jetzt probier ich's nochmal aus, ob ich durchkomm Weil ich bin ja letztendlich der, der es braut Ja, erst geht's Ja, weil erst bin ich im Boden festgepackt Oh, jetzt lag das nicht mehr Es lag nur da unten ein bisschen, wegen den ganzen Maschinen So, und geh ich mal rein in die Nähte Und farme ein bisschen Quarz Ja, viel Spaß beim Farmen Ja, danke, wow Wow Scheiß Flemmaus Haben hier direkt angezündet Wow Jetpack Definitiv Jetpack ausrüsten Mann, in der Fresse wäre beinah schief gelaufen Zwei Sekunden im Nähte Fledermatt explodiert Du schmeißt mich fast die Lava Ja Läuft Hast du schon die neue Maschine gesehen? Welche neue Maschine? Ja, die da Musst kommen wir mal Jetzt Nee, ich bin ja sogar Ein Nähte am Stüssel Genau A fette Maschine Koppel Kohleerz Ah ja, stimmt Hier gibt es ja auch Erze und alles Naja Die werden gleich verdreifacht Nur so Als Tipp Ja, schön, aber ich glaube ich War das nicht irgendwie Ach ne, die explodieren, ne? Ja, die explodieren, wenn es so zieht So, ne der Quarzerz Verpiss dich, du scheiß Spinne Bohr mal ab Oh, der explodiert ja gar nicht Ich hab schon einen Quarzschuh Achso, das ist ja nur dieses Quarzerz Quarzerz Stahlerz, sag ich ne mal ein Stahlerz mit Better Barrel Ah! Die greifen ja alle an? Könnte ich eigentlich da unten platzieren Verpisst euch Braust Hilfe Ich hab ein Jetpack mit dem Verpiss ich mich einfach Wenn es zu knapp wird Die sind auf einmal alle auf mich gegangen Ich hab einen Block abgebaut Einen einzigen scheiß Block Ja Und dann kommt auf einmal ne Zombieschweinerarmee auf mich zu Und meine Leben regenerieren sich einfach so Lame Mit C Werder, jo So nen Quadruple Stone hab ich auch Was hab ich denn hier? Einen Flammenfaden Ha, alles klar Minecraft auf Deutsch ist schwul Mit Modsback Ich weiß Ich würd's gerne umstellen, wie gesagt Ich kann's nur leider nicht Ja Sonst hätt ich's schon längst umgestellt Okay Ne, das ist einfach so vernachscht Du willst es umstellen auf einmal Immer in der irgendeiner Zeit Nö, 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 nö Acceleration Ne, das selber brauch ich nicht Envy Shard Warte, nimmst du mal mit, ne Reaktor Access Hedge Hm Acceleration Car Genau Oh Oh, jetzt geht Verzieht euch doch mal ihr scheiß Schweine Oh mein Gott, jo Ähm Ach stimmt Ach stimmt, das war ja nicht der Einzelne Kann ich aber raufhämmern wie ich will So Ah, da sind noch Emory Gags Warum bist du nicht gestorben? Okay So jetzt mach ich Welt Interaction Great Wenn du willst Wenn du willst Können wir heute in Äh, in Deep Dark gehen Könnten wir näher mal machen Aber ich muss erstmal ganz kurz meine Leben wieder regenerieren Irgendwie Ich glaub ich brauch ein Quintubel Stone Aber der ist eh Der sollte dann, ja Ich hab jetzt schon eine Quadrube Quadrube Alter Falter Die Tommy Schweine sind aber hier extrem krass drauf, ne Ja Oh nein Ja, ich hör sie Sind sie Ah Gehen wir ins Wo gehen wir hin? Näht da fest und Schwefel Schwefel